Wir freuen uns hinter dem heutigen Türchen die erfolgreiche Schauspielerin Alexandra Kamp begrüßen zu dürfen. Sie absolvierte ihr Schauspielstudium in Paris und ist seitdem weder aus Film und Fernsehen noch aus dem Theater wegzudenken. Man sieht sie in Filmen wie Vampires, Serien wie Dr. Klein oder Stimmen wie Don Quixote und sie übernimmt immer wieder Hauptrollen. Auch wir freuen uns sie am 5.3.2021 mit eine verhängnisvolle Affäre hier im Stadttheater Minden begrüßen zu dürfen. Jetzt erstmal viel Spaß. Max Hermann Neiße am Jahresende. Auf dem vereisten Teiche stehen die Schwäne und hilflos blicken wir einander an. Wo bleiben nun die ernst gemeinten Pläne mit denen ich das alte Jahr begann. Nur wenig Tage hat es noch zu spenden und meine Reue kommt wie stets zu spät. Es ist versäumt und muss unrühmlich enden, weil kurz vor Toresschluss nichts mehr gerät. So viel getreuer Vorsatz ward verraten. Nun sind wir eingefroren. Mensch und Schwan. Es unterblieben die notwendigen Taten. Doch das Unnütze wurde gern getan. Leichtfertig hat man seinen Tag verzettelt und üppig seinen trägen Stolz genährt. Dass der Verschwender mittellos jetzt bettelte, ihm doch bitte noch eine kurze Frist gewährt. Doch nichts darf sich ernieden wiederholen. Versäumtes bleibt in Ewigkeit versäumt. Hast du dem lieben Gott die Zeit gestohlen? So wird dir kein Kredit mehr eingeräumt. Es wächst die Schuld, du kannst ihr nicht entrinnen. Bald fehlt dir sie zu tilgen Gut und Kraft. Gelübde, die das neue Jahr beginnen, sie werden schließlich lautlos abgeschafft. Du willst nicht wissen, wie sie enden mussten und weißt es doch. Und wie du enden musst, wie du an selbst verschuldeten Verlusten mählich verblutest, ist dir wohl bewusst. Und dennoch mache ich wieder ernsthaft Pläne, wie ich sie für jedes Jahr sie mir ersann. Es dämmert. Es dämmert. Fast unwirklich stehen die Schwäne. Und fragend blicken wir einander an. Liebes Publikum, ich wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten. Seien wir lieb miteinander. Nächstes Jahr wird besser. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns schon am 5. März sehen. Da spielen wir nämlich eine verhängnisvolle Affäre. Die deutsche Erstaufführung des Filmes, den viele von Ihnen kennen mit Michael Douglas und Glenn Close. 5. März ist nicht mehr lange hin. Bis dahin bleiben Sie gesund und bleiben Sie zu dem Theater gewogen. Und vielleicht ist es ja eine gute Idee, das ein oder andere Ticket für eine Theatervorstellung oder ein Konzert zu verschenken. Alles Liebe, Ihre Alexandra Kamp